Ja, ja, y'all ready? It's time for the S4 League. I'm about to explode like a ball. That's what I'm going to do. Hallihallo YouTube, willkommen im ersten Touchdown-Spiel. Das Spiel hat allerdings schon angefangen, das ist aber nicht so schlimm, denn ein Touchdown-Match kann sehr, 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 sehr lange dauern. Ja, die Map ist Station 2 nur auf Touchdown verfügbar. Einer der ältesten Maps von S4. Und ihr seht, da leuchtet ein Teammate von mir. Das bedeutet, er hat den Ball, also den Fumbi, das ist der sogenannte Rugby-Ball da. Our team missed the ball. Das ist natürlich very, very bad. Reveal Team acquirrt the ball. Das ist noch schlechter. Hallalalalalalalalalala, ich bin tot. Ja, der Sinn ist es, den Fumbi in die gegnerische Base zu transportieren. Während man den Fumbi hat, verliert man SP. Das heißt, das ist ein Schotting und das Rennen ist nach einigen Sekunden nicht mehr möglich. Und, ja, zwei Critical reingehauen und dann... Kannst du das hier haben? Und du, das war der Falsche. Ich habe aber einen gekillt. Nicht? Boah, du Noob-Lagger. Ja. Ja, jetzt habe ich den Kill. Gut. Ihr seht, da haben wir jetzt den Ball. Es gibt immer einen Weg nach der gegnerische Base, wo man, falls man keine SP mehr hat. Sonst wäre es ja unfair. Und es gibt auch Wege, die nur die Pros schaffen. Schaut euch das an! Nein! Nicht das! Ja. Oh Gott! Ja. Zwei zu eins! Jawohl! Das ist gut. Peng, peng! Spider-Grab-Pussy! Ja, in der zweiten Halbzeit werde ich dann meinen ersten Charakter in den Mund ein bisschen snipern. Falls ihr den Sound, besser gesagt, vom Video auf maximallautstärke habt, stellt ihn runter. Denn, ich bin mir sicher, im Verlauf dieses Spiels werde ich noch ein bisschen lauter werden. Verdammte Scheiße! 3-1! Woo! Das meine ich damit. Ja. Wir haben ein sehr gutes Team. Werde gesagt, ein schlechtes Gegner-Team. Ich habe drei Kills besetzt. Die hat schon 112 Punkte. Ich will auch so viel. Ich will auch so viel. Stil! Stirb! Stirb! Meine Güte! Rewel-Team accuilt the ball. Halt! Stopp! Ich habe mich verschluckt! Boah! Oh no! Meine Güte! Ich habe mich derbe verschluckt. Ich muss ab und zu sicher mal ein bisschen husten. Oh Gott! Zack! Falls hier einer reinkommt, macht das. Und dann ist er weg vom Fenster. Und ich bin am Nachladen. Und dann kommt der natürlich rein. Bitch! Bitch! Hey! Wirst du wohl sterben? Our Team acquirred the ball. Oh mein Gott! Ich dachte schon, die kommt jetzt da durch. Ja, ich habe ein bisschen Legs. Das liegt erstens wahrscheinlich am hosten ein bisschen. Kurzes Mikrofon ein bisschen weiter wegschieben. Und zweitens liegt es daran, weil ich noch etwas am Rendern bin. Und am Rülpsen bin ich auch. Ja. Oh, das ist ja dieser von unserem Team. Und was mache ich da? Wow. Suck mal, boss! Jetzt ist es tot. Die ist nur wegen mir gestorben, weil ich gesagt habe, Suck mal, boss! Und das sind meine Punkte, ihr Bitches! Das ist mein Kill. Come on, man! 4 zu 1! You! Next round in 5, 4, 3, 2, 1! Start game! Und hopp! Ich gehe jetzt von hinten rein. Ja, Gott! Oh Gott! Das ging schnell. Das ging verdammt schnell. Halbzeit. Meine Güte, ich habe gerade mal 5 Kills gemacht. Puh. So, jetzt. Counter Sword, Ghost Riffle, Railgun und Entshoring. Jetzt wird gesniped. So. Ja, und ihr seht's. Oh Gott, das ist ja 2, 4, 6 gegen 3. Mann, ist das unfair. 6 versus 3. Sehr fair. Oh, ich habe gar nicht geschrieben. 6 versus 3. Sehr fair. So. Ah, jetzt sind es. 5. Everybody, let's go! Go, go, go! Go, go! Go, go! Everybody, let's go! Oh Gott! Nichts... Oh Gott! Everybody must die! Ja, vor allem ich muss sterben. Hmm... Dangerous, dangerous. The ball has been reset. So, jetzt. Beschütze... Ja. Watch out for the sniper! Beschütz den Sniper, bitches! Komm schon, komm schon! Bam! Scheiße! Mann! Wo ist er? Zack! Warte, leg, leg, leg! Bam! Eat it! Oh, oh, da ist er mit dem Tourette! Jetzt nicht mehr. Wie wäre es mit sterben? Thanks for your help! Very nice, baby! Exa! Ich will auch mal ein Bumbi abgeben. Ich will auch... Go! Studio S4! Zum Glück habe ich ein Choring. Come on, come on, come on! Mann! Mann! Oh, Knallsa... Nein, ich habe nur noch den Sniper. Mann, ey! Gott! Oh, Gott! Rebel Team! Missed the ball! Das klang jetzt fast wie... Halloreal! Das gibt einen Doppelkill! Komm schon! Oh, mein Gott! Das gibt nicht mal einen Kill! Du kannst nicht mal, Junge! Swimblade ist scheiße! Swimblade ist scheiße! Warreck, bitch! Jawoll! Rebel Team equitable! Was war das? Ach, da war's dann! Ihr seid so peinlich! Hör auf! Heulen, du Kind! Und leck meine Eier! Leck meine Eier! Leck sie! So richtig fett! Jetzt bin ich dran! Jetzt bin ich dran, Mann! Nein! Nein! So knapp! So knapp! Aber da hat der Akoyaku plus Exa Punkt gemacht! Wooh! Haha! Jawoll! Ich glaube, diesen Part muss ich nicht in zwei Stücke aufteilen, da ich ja das meistens machen werde bei den Touchdown-Spielen. Normalerweise gehen die Touchdown-Spiele viel, viel länger. Wooh! Chill mal ein bisschen! Hi! So! Ja! Ähm, ich hab schon mal ein Touchdown-Spiel aufgenommen, allerdings müsste ich das löschen, da ich zu laut ins Headset geblasen und geschrien habe. Das Video ging dann 30 Minuten, da hab ich's... Oh Gott! In zwei Parts abgeteilt. Äh... Ja! Dieses hier... Muss ich schauen... Bis jetzt geht es noch nicht so lange. Also wenn es über 20 Minuten geht, dann teile ich's in zwei Parts. Sehr wahrscheinlich auf. Und da sagen wir über 25 Minuten. 9 zu 1! Ja, ihr seid so geil, Mann! 13 Kills hab ich gemacht. So, jetzt hol ich mir den Fummini, jetzt snipe ich. Und zwar aufs Übelste. BAM! Drachentinte! Leck meine Eier! Wuhu! Drop! Zack! Nein! Eine Sekunde später hätte ich getroffen. Kollege! Oh Gott, ich hab getroffen! Oh Gott, ich hab ihn getroffen! Oh! Lass das! Kollege! Muss ich kommen? Oh Gott! Zack! Nein! Hacker ist noch gekommen! Jawohl! Jawohl! So! Den kicken wir gleich mal! So! Ja! Ist noch blöd, ne? Warning! Ja! Und hopp! Stirb doch! What? Ist er raus, der Hacker? Nein! Komm schon, Bambi! Come on! Come on! Zack! Ja! Suck mal! Balls! Okay! Da! Mann! Komm schon! Da ist er! BAM! Miss! Where are these fucking enemies? Jawohl! Wir haben gewonnen! Jawohl! Geile Sache! Ja! Ich habe 30 zu 0! Ja! Und das liegt nicht daran, weil ich nie gestorben bin! Das liegt daran, weil ich keinen Bombi-Punkt gemacht habe! 15 Kills! Und ja! Rookie! 12! 2500 Pen! Das ist natürlich schön! Und das war's mit dem ersten Touchdown-Spiel! Wir sehen uns! Nächsten Samstag! Wenn dann das erste Video von meinem neuen Let's Play-Konzept gekommen ist! Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.